Die Daten von der Titan bestätigen, dass das Pacific-Kommando durch chinesische Raketen ausgelöscht wurde. Da hat jetzt Chang das Sagen. Was von unserer Flotte auch übrig sein mag, ist da draußen jetzt vollkommen blind. Hier ist der Ernst der Lage bewusst, Captain. Ein Grund mehr, vorsichtig zu sein. Aber sie in Squad aufzunehmen, das wird Irish nicht gefallen. Irish kennt nicht alle Umstände. Das sind besondere Bedingungen. Sie geht mit euch. Verstanden. Irish ist ein guter Mann. Ich pass auf ihn auf. Das weiß ich zu schätzen, Peg. Sie sind eigenwillig, aber auch ein guter Anführer. Danke, Captain. Müssen wir noch was über den Angriff auf das Flugfeld wissen? Ja, holen Sie Racker. Pack. Racker. Sperrt die Ohren auf. Unsere letzten Raketen müssen ihren Zweck erfüllen. Greift das Flugfeld an. Haltet den Boden im Auge. Schickt ein Signal, wenn Ihre Flugzeuge abheben wollen. Ihr jagen die Ohrenzöhne in die Hölle und zieht nach Westen. Verstanden, Captain. Kinderspiel. Pack. Racker. Ihr kommt vielleicht nicht zurück. Wie viele eurer Freunde. Doch jetzt zählt's. Das ist unsere Chance. Wer das Flugfeld erreicht und die Flares zündet, hat noch 30 Sekunden bevor unsere Raketen einschlagen. Alles klar. Lasst euch nicht von uns abknallen. Gerne. Auf geht's, Racker. Los geht's, Marines. Los! Feld ist Captains Irish. Wow, wow. Was machst du denn hier? Ich bin freiwillig. Ach, freiwillig. Wer hat das bewilligt? Captain Garrison. Klär das mit ihm. Habt ihr das gewusst? Sprechen Sie Mandarin Sergeant? Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht, Mädchen. Ich will nur helfen. Du stehst hinter mir, oder? Ich denke, das ist ein großer Fehler. Sie ist ein Risiko und eine Belastung. Achtung! An alle! Sie hören Captain Garrison. Soldat der Valkyrie. Wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten. Haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden. Aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein. Doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flutfeld im Schutze des Sturms ein. Und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Was für ein geiles Wetter! Lass den Scheiß weg! Lass doch die Signalpistole! Ja, klar! Weiß jemand, ob der Sturm noch fettiger wird? Keine Ahnung! Ich könnte in einer halben Stunde abschauen! Würde eher wie ein tropisches Team! Nicht wie es heißt! Was ist ein Taifun? Du würdest es Orkan nennen! Wir werden diesen Plan trotz des Sturms umsetzen! Wenn die Rakete daneben geht, müssen viele Menschen leiden! Bracker! Geh mal raus! Lass sichere Abschnitt am Strand! Bring uns hin! R по uma lade! Lass sichere Abschnitt am Strand! Zurück zum Pfeifer! Willst du hin? Rektum Strand, Raker! Oh! 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 Was ist das? Achtung, die Deckung! Achtung, die Deckung, die Deckung, die Deckung, die Deckung! Achtung, die Deckung! Achtung, die Deckung, die Deckung! Der war das Eckgernste. Es gibt einen besseren Tieren. Der war das Eckgernste. Es ist mehr so gut, dann mach ich das fertig. Wir sind ein diverses Sieg, das war mit dem Endes Schild. Der war das Eckgernste. Wir haben das Kuss. Sie ist bereit für euch. Lass ihn bleiben! Lass ihn bleiben! Riesung langsierend! Verleicht von Riengeld! Der Stetigter Treffer! Achtung! Tumpt uns! Geht nur Ziele! Tumpt uns! Tumpt uns! Tumpt uns! Okay, Feuer bereit! Feuer! Der Reib vom Andil! Der Reib vom Andil! Kattach! Direkt vor uns! Der Reib vom Andil! Kattach! Der Reib vom Andil! Kattach! 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 Wir müssen los! Weiter bis zur Straße! Ja, verdammt! Hier kommt Tombstone! Du gehst zum Flugrät! Auf der anderen Seite der Straße! Also unter der Brücke da vorne durch? Denke schon! Das ist unser Tor an die Stadt! Hier ist Vorwrecker! Vorwärts! 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 Wir haben keine Verwendung! Riesener Spielzeugfunk! Wie wärs man mit vernünftiger Ausrüstung? Die werden sie auslöschen! vorwärts! Wolle das Sichtgerät raus, Rekker. Jagen wir sie in die Hölle. Mach sie kalt! Bereit haben viele. Rekker, markiere die Arschlöcher. Sie haben sie aufgedacht. Zähler vor uns. Bereit zum Angehen. Wir haben uns, wir haben uns zwei. Wir nähern uns. Eine Mönche von zwei bis zwei. Okay. Wir sind bereit. 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 Alles klar, weiter! Hatte unsere Führung frei! 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 Führung! Führung frei! 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 Führung frei!